Alle Jahre wieder geht es zur Tattoo-Con. Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich so. Heute geht es wie jedes Jahr auf die Tattoo-Convention in Dortmund. Aber du darfst leider nicht mitkommen, Schätze. Ich glaube, da sind Katzen nicht erlaubt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal fertig machen, weil so bleibt mein Gesicht natürlich nicht. So kann ich auf keine Tattoo-Convention gehen. Und ja, jetzt mache ich mich erstmal fertig. Shut, shut, shut the fuck up. Ich freue mich. So, die Grundierung ist jetzt fertig und jetzt kommt der eigentlich interessante Part. Eigentlich ist er wirklich nicht so interessant. Ich werde mir jetzt einen Eyeliner ziehen, Freunde. Können wir ein ganz kurzes Gebet nach oben senden? Ja, das ist mein Eyeliner. Warte, so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nein, ich musste blinzeln. Oh nein. Nein. Wenn ich hier nicht zusätzlich noch von 80 Katzen belagert werden würde. Eure Ernst, dass ihr euch jetzt hier auf meinem Schoß kloppen müsst, während ich mein Eyeliner ziehe, Junge. Du gehst. Du gehst. Euer Ernst, Alter. Das Problem ist halt auch, wenn du einen schiefen Kopf hast, ne? Dann macht das die ganze Sache nicht wirklich einfacher. Ja, lassen wir mal so gelten. Das Problem ist halt auch, wenn du einen schiefen Kopf hast. Das Problem ist halt auch, wenn du einen schiefen Kopf hast. Das Problem ist halt auch, wenn du einen schiefen Kopf hast. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.